Du hast ja schon erzählt, dass dein Vater Gefängnispsychologe war und das habe ich gelesen, dass bei euch dann ab und zu auch zur Resozialisierung ehemalige Gefängnisinsassen bei euch gewohnt haben auch über eine ganze Zeit. Was würdest du sagen, wie dich das geprägt hat? Das hat mich sehr geprägt, glaube ich, denn ich weiß nicht, wie viele das waren, die da bei uns gewohnt haben, aber an einen erinnere ich mich sehr gut, zu dem habe ich auch noch Kontakt. Der war verknackt worden, wie man damals sagte, als Wiederholungstäter. Also der hatte so oft Zigarettenautomaten und Schreibwarenläden aufgebrochen und immer beutelos wieder von dannen gezogen, bei den Zigaretten bin ich mir nicht so sicher, aber dann halt eingebrochen und zwei Stifte mitgenommen, weil Kasse weg. Das passierte aber so häufig, dass er tatsächlich sieben Jahre bekam dafür, weil er es immer wieder gemacht hat. Ja. Und nachdem diese sieben Jahre vorbei waren, zog der bei uns ein. Genau, mein Vater nahm ihn mit nach Hause, um ihm zu helfen, bei der Resozialisierung einen Job finden und sowas. Und ich weiß gar nicht, wie lange der bei uns gewohnt hat, aber ich war ungefähr, ich war so zwischen zwei und vier gewesen sein und wir haben uns irrsinnig gut verstanden und weil meine Mutter auch viel zu tun hatte, wurde er sozusagen mein Babysitter. Also er hat auf mich aufgepasst und ich erinnere mich auch noch gut, dass er mir dann, er rauchte Ernte 23 und machte mir immer so unheimlich schöne Zöpfe und die Kindergärtnerin verzog dann immer so das Gesicht, weil meine Zöpfe halt nach Ernte 23 rochen. Sowas merke ich mir. Also das war eine sehr, ich empfinde das als eine sehr schöne Zeit, weil ich so einen unheimlich netten Spielkameraden hatte. Und später bin ich dann wahrscheinlich auch deswegen, habe ich auch Schreibseminare im Knast gemacht, hier in Berlin und mache das auch immer noch. Und ich glaube, da ist auch mein, mein Trumpf sozusagen, weswegen ich das machen kann, ist, dass durch diese lange Zeit mit diesem ehemaligen Strafgefangenen und auch mit den anderen, ich so vollkommen vorurteils- und angstfrei bin, was ich in anderen Bereichen überhaupt nicht bin, aber da schon und mich quasi wie ein bisschen zu Hause fühle. Ich glaube, deswegen laufen diese Kurse auch so gut. Ah, okay. Aber das ist, wenn, normalerweise ist es ja, haben ja diese Menschen auch, naja, die sind ja auch so Benannte, die haben so einen Stempel, Verbrecher und so weiter und so fort. Was hast du über diese Menschen gelernt? Und jetzt hast du ja auch wieder mit denen zu tun, wenn du bei denen im Gefängnis bist. Ja. Pauschal ist das ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich finde es immer wieder frappierend, auf was die sich alles einlassen. Also ich hätte nie gedacht, dass wenn ich da reingehe und sage, so, ihr schweren Jungs, hier habt ihr jetzt einen Stift und jetzt schreibt doch mal ein Gedicht oder so. Und sehr viel anders läuft es nicht und die schreiben einfach los. Und mir wurde dann später klar, dass die untereinander beim Schreiben natürlich auch keinerlei Konkurrenz haben. Deswegen ging das so einfach. Also die haben nicht dieses, was wir Autoren haben, der ist besser als ich und der kann das. Das haben die alles nicht, weil denen es im Grunde egal ist, aber die können richtig so von der Leber weg. Das ist ganz schön und auch, das machen sie auch recht schnell. Sie lassen sich sehr schnell so mit vollem Elan auch darauf ein. Und manchmal merken sie auch, dass es schön ist, wenn man jemand anderen lobt. Das merkt man richtig. Dann sagt einer mal, ja, der Text ist gut. Der Text ist gut, kann man nichts gegen sagen. Und dann merken die anderen, wie schön das ist, nicht nur das gesagt zu kriegen, sondern auch das zu sagen. Und dann werden plötzlich Texte in den Himmel gelobt. Das ist sehr schön. Das macht wirklich, das macht wirklich Spaß. Und dieses, warum diese Menschen in Gefängnissen sind, hat ja, manchmal ist es vielleicht eine verzeihbare Sünde, wie Ernte 23 zu viel geklaut haben. Manchmal sind es aber auch schwerwiegende Sachen. Manchmal sind es schwerwiegende Sachen. Und da merkt man dann schnell, was im Grunde ja auch jeder weiß. Ich hatte einen Mörder mal im Kurs. Und wenn ich sage, ich bin da angstfrei, dann muss ich das an der Stelle auch wieder zurücknehmen. Ich hatte nicht Angst, aber der war mir unheimlich, weil der, der machte am Anfang nicht mit und sagte aber auch nichts und guckte mich auch nicht an, sondern guckte immer so auf den, irgendwie auf den Tisch. Und ich wusste nicht, was, was soll ich denn nur, wie soll ich, wie kriege ich denn da eine Ansprache hin? Und mit der Zeit kam das dann. Und er hat dann auch mitgeschrieben. Der hatte aber immer noch was sehr, es war ein junger Mann. Und man merkte, bei dem schoss schnell so eine Aggressivität hoch, die man dann aber auch gut wieder runterkochen konnte, indem man ihm eine Schreibaufgabe gab. Wirklich? Ja, das ist wirklich wahr. Ich habe dann gesagt, nee, komm, jetzt lass mal, jetzt mach mal was anderes. Und dann war der wieder ruhig. Also therapeutisches Schreiben Deluxe, würde ich mal sagen. Voll. Und der hatte, und jetzt komme ich auf den Punkt, den eigentlich jeder weiß, der hatte, ja, der hatte jemanden umgebracht, der ihm auch nahe stand und redete auch so komisch. Also er sagte zu mir auch an einer Stelle, wenn die mich irgendwann wieder rauslassen, dann mache ich das nochmal, weil ich will draußen gar nicht sein, ich will wieder rein. Und dann erzählte er mir irgendwann, er hatte sehr, sehr viele Geschwister, ich glaube zwölf oder so. Und sein Vater, das sah man auch, hat zu Erziehungszwecken die Hand seines Kindes ab und zu so in den Toaster gesteckt. Und da denke ich dann, dieses ganze Reden über Resozialisierung, manchmal gibt es gar nichts zu resozialisieren, weil nicht mal sozialisiert worden ist. Also da müsste man erstmal gucken. Ja, dass es gar nicht sozusagen mehr darum geht, wie kriegt man den Zustand, bevor du zum Verbrecher wurdest, sondern eigentlich, wie kriegt man überhaupt mal einen Zustand hin? Einen Zustand, der, ja genau, der in irgendeiner Form sozial sein kann. Also da ist kein Material, um zu re-sozialisieren sozusagen. Warum machst du das? Also warum machst du diese Schreibkurse? Ich glaube, also die egoistische Seite daran ist, dass ich gerne an Orte gehe, wo man sonst nicht so gut hinkommt und wo man Leute sieht, die man im Prenzlauer Berg nicht in der Kita trifft unbedingt. Also mal was anderes. Das ist das eine. Und auch ein bisschen selbst, also selbst zu viel gesagt, aber so, was mir daran auch gut tut, ist, dass ich, es klingt komisch, aber ich bin da wirklich gerne. Also so, es gibt, ich will da nicht rumtypisieren, aber manche von diesen Männern haben so ein, erinnern mich irgendwie an diesen Mann, mit dem ich groß geworden bin. Ja. So dieses Kleinganovige, was man auch nicht romantisieren sollte und so. Aber ich, irgendwie bin ich da gerne und ich habe das wirklich starke Gefühl, dass das eine gute Sache ist, weil ich nichts von denen will. Ich bin keine Sozialarbeiterin, der sie erzählen müssen, dass sie sich jetzt bessern werden. Ich bin keine Therapeutin. Ich will nichts. Ich sitze da nur und mache diese, diese Schreibseminare. Und es ist, es ist so schön zu sehen, wenn die Mann Erfolg haben, weißt du? Also manchmal, nach dem, nach der, wenn wir den Kurs beendet haben, gibt es eine Lesung. Wie lang geht dieser Kurs? Immer so sechs Wochen, einmal die Woche. Und dann gibt es eine Abschlusslesung und da dürfen auch Leute von außen kommen, was natürlich irrsinnig aufregend ist, auch für die Leute von außen. Und dann, dann kriegen die auch mal Applaus. Und das ist was, was die halt noch nie erlebt haben. Ja. Und das ist schön. Und dann sind die vorher aufgeregt und dann schaffen sie es doch. Und was lesen die, also was, oder beziehungsweise was schreiben die? Die schreiben, also ich bringe Schreibaufgaben mit. Es ist selten so, dass, manchmal ist es so, dass einer dann wirklich einen Roman über sein Leben anfängt und den den ganzen Kurs dann durchschreibt. Das gibt es auch. Aber was ist so eine Schreibaufgabe? Zwei, zwei, mir fallen zwei ein, die sind wirklich gut. Und da habe ich am Anfang gedacht, das werden die mir so dermaßen um die Ohren hauen, weil das viel zu therapeutisch ist. Aber das fanden sie gut, zum Glück. Das eine ist, wenn du ein Haus, beschreibe dich selbst als Haus. Also, was für eine Art Haus bist du? Bist du eine Hütte oder bist du ein Palast oder ein Zelt? Und dann, was von dir ist wo in dem Haus? Also, welche Eigenschaft von dir ist in dem Haus nun lokalisieren? Und da kommen sehr lustige Sachen. Einer, der konnte eigentlich gar nicht so besonders gut schreiben und auch nur Großbuchstaben und der schrieb einfach nur, im Keller ist die Wut und mein Fahrrad. Und dann dachte ich, das könnte auch eine Zeile von Element of Crime sein eigentlich. Natürlich, ja. Kann man sich richtig vorstellen. Die andere, du hattest was gesagt. Genau, und dann gibt es noch eine zweite. Schreibe mit dem, was du jetzt, das ist eine heikle Aufgabe, weil das voller Schuld und Scham hätte sein können. Schreibe einen Brief an dich selbst als Kind mit allem, was du jetzt weißt. Und das war auch sehr lustig. Da schrieb dann auch jemand, lieber Achim, lieber zwölfjähriger Achim, bitte halte unbedingt an deinem Wunsch fest, Apotheker zu werden. Also so, wie es hätte sein können. Und dann wärst du eben wahrscheinlich nicht hier. Dann wäre das, genau. Aber manchmal geben sie auch wertvolle Tipps, also so aus ihrem Alltag. Daraus keinen Schnaps brennen, da musst du den ganzen Tag kotzen. Mach es lieber anders. Ratgeber-Literatur. Und das lesen die dann vor? Also der würde Achim seinen Brief da vorlesen und da ist vielleicht seine ehemalige Lebensgefährtin oder Lebensgefährtin oder die Kinder sitzen da vielleicht da und hören dazu. Ja, ja. Wie berührend. Ja, es ist wirklich berührend. Ja, es ist wirklich berührend.